Yvonne Katterfeld schwebt wieder auf Wolke sieben. Die Sängerin ist bis 2021 mit Oliver Wnuck liiert. Doch nach 14 gemeinsamen Jahren ist dann plötzlich Schluss. Böses Blut scheint es zwischen den beiden aber nicht zu geben. Im Februar 2023 überrascht Yvonne ihre Fans dann mit einer schönen Nachricht. Sie ist wieder verliebt. Stolz verrät sie, ich bin schon seit längerer Zeit wieder in einer Beziehung. Wer der neue Mann an ihrer Seite ist, behält Yvonne aber erst einmal für sich. Der Grund? Ihr Partner steht nicht in der Öffentlichkeit. Eigentlich soll ihre neue Liebe auch kein Geheimnis sein. Weil sie bisher niemand fragt, spricht sie aber erst jetzt darüber. Ob nun öffentlich oder nicht, wichtig ist, dass Yvonne mit ihrer neuen Liebe wieder glücklich ist.